Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich war eben gerade bei dm und hatte ein kleines Problem. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen, falls nicht, Spoiler, ich hatte nur 50 Euro im Portemonnaie. Es ging keine Kartenzahlung, also habe ich mir eine Challenge gesetzt, so viele Produkte zu kaufen wie möglich mit 50 Euro. Und ich wollte auch einige Make-Up-Produkte kaufen und habe dann gedacht, okay, ihr liebt neues Make-Up, ich liebe neues Make-Up. Kaufe mir einfach neue Make-Up-Produkte, auch in dieser 50 Euro Challenge. Falls das Video schon online ist, verlinke ich es euch einmal hier in der Ecke. Heute möchte ich aber euch Dupes zeigen von Trended Up, die zu Hourglass bzw. Charlotte Tilbury sind. Ich habe nämlich gesehen, dass das Ganze doch sehr verdächtig aussieht. Und ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf etwas recht Spannendes gestoßen. Und wenn ihr darauf Lust habt, würde ich mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt. Und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Mir würde es die Welt bedeuten und euch kostet es nichts. Freunde! Content-Tag ist wieder am Start. Ich habe richtig Lust, Videos zu drehen. Aber bevor es mit dem Teil losgeht, freue ich mich, dass dieses Video eine freundliche Unterstützung hat. Und das sind die Produkte von Jepoda. Ihr wisst, dass ich Jepoda seit Ende letzten Jahres regelmäßig benutze. Und gerade jetzt im Sommer neige ich persönlich zu einer verstärkt ölenden Haut und vor allen Dingen hier im Nasenbereich zu großen Poren. Und ich weiß, dass das ganz, ganz viele von euch auch haben, dieses Problem. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute nicht nur ein krasses Angebot habe, sondern wirklich auch die perfekte Pflegeroutine darauf abgestimmt. Ich habe das Ganze mal ein bisschen für euch abgefilmt, dass ihr das Ganze sehen könnt. Ich hatte da ein sehr, 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 sehr starkes Make-up im Gesicht und habe den The Calm Barn benutzt. Der hat Oliven- und Kokosnussöl mit drin und pflegt die Haut zeitgleich und nimmt wirklich das komplette Make-up schon mal weg. Ich bin dann einfach mit dem Microfiber-Tool rübergegangen und habe im Anschluss dann im Bad den Double Bubble benutzt. Das ist ein Reiniger, der die Haut wirklich schön klärt und den restlichen Schmutz wegnimmt, damit sie perfekt vorbereitet ist für das, was dann kommt. Und zwar die Pflege. Und die ist bei diesem Wetter gerade wirklich essentiell. Das nächste Produkt war wirklich der Hauptakteur in diesem Teil der Pflege und das ist der Purify Hero. Der hat natürliche BHA-Säure mit drin und ist ein Serum, der die Haut richtig, richtig schön reinigt. Die Poren werden so ein bisschen gereinigt und zusammengezogen und im Laufe der Zeit, wenn ihr das regelmäßig benutzt, werden eure Poren auch so ein bisschen verkleinert und wirklich gereinigt. Also auch Mitesser hier im Bereich sind bei mir viel, 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 viel besser geworden. Da ich ja viel Make-up trage, sammelt sich natürlich auch immer eine Menge in meiner Haut. Und im Anschluss, und da freue ich mich ganz besonders drüber, habe ich hier die Cetox-Maske benutzt. Das ist eine hochwirksame Maske mit einem Sofort-Effekt. Da ist nämlich Kaolin drin und das reinigt auf der einen Seite die Poren natürlich nochmal, sorgt aber auch dafür, dass die Haut wirklich schön gestrafft wird und der überschüssige Talg von eurer Haut weggenommen wird. Das ist eine meiner liebsten Masken, ihr habt gesehen, die ist schon fast leer und ihr braucht wirklich immer nur eine ganz, ganz kleine Menge. Und das Beste ist, mit meinem Rabattcode gibt es diese Maske bei einem Mindestbestellwert von 69 Euro gratis mit dazu und das Ding ist perfekt für den Sommer. Im Anschluss bin ich dann mit meiner Abendpflege rübergegangen, das ist die Midnight Magic, die ist wirklich richtig schön feuchtigkeitsspendend und versorgt die Haut dann im Anschluss trotzdem nochmal mit Feuchtigkeit. Das ist nämlich oft ein Irrglaube, dass wenn ihr zu öliger Haut neigt, dass ihr keine Feuchtigkeit braucht. Das stimmt nicht. Und diese Maske gibt euch über Nacht wirklich diese richtig schöne Pflege und am nächsten Tag ist die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt. Wirklich eine große, große Empfehlung von mir für die Jepoda-Produkte. Ihr habt eine perfekte Skincare-Reihe, wenn ihr euch keine Gedanken drüber machen wollt, wann kommt was, wann kommt dies, wann kommt das. Es steht sogar auf den Produkten immer drauf, Step 1, Step 2, Step 3. Alle Produkte sind vegan, cruelty-free und made in Korea mit ganz viel Liebe und das merkt man auch. Ich verlinke euch die Produkte von Jepoda einmal unten in der Infobox und mit dem Code gibt es 30% und habe einen Mindestbestellwert von 69 Euro. Die SeaTox Maske gratis mit dazu. Vielen, vielen Dank an Jepoda. Ich liebe die Produkte. Ihr wisst es mittlerweile, die sind ein heiliger Graal geworden. So, Pi, es geht los. Ihr wisst es, ich mag eigentlich doch ganz gerne diese Charlotte Tilbury Beautiful Skin Foundation. Am Anfang war ich ehrlich gesagt so ein bisschen skeptisch und dachte mir, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Foundation. Aber je öfter ich sie trage und je weniger ich davon benutze, also nicht so wie ich sonst meine Foundation nutze, mag ich die tatsächlich wirklich, wirklich gerne. Das ist eine Foundation, die trägst du wirklich hauchhauchdünn mit einem Pinsel auf und dann sieht die fantastisch aus. Ganz, ganz tolles Produkt. Und dann war ich ja eben im DM und habe mich an die Rosy Touch Foundation erinnert und habe mir die jetzt nochmal mitgenommen in einer anderen Farbe, in der 040. Ich dachte mir, hm, das könnte vielleicht das Ähnliche sein. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass das auch eher so eine leichte der Kraft war, die so ein bisschen zarter auf der Haut war. Und deswegen probieren wir das Ganze einfach mal aus. Auf der einen Seite Charlotte Tilbury, auf der anderen Seite Trended Up. Ich will nur mal gucken, welche Farbe die Rosy Touch hat. Hm, naja, ich habe es mir fast gedacht. Ja, wobei, es ist okay. Ich habe die Charlotte Tilbury in zwei verschiedenen Farben, deswegen werde ich die 4 und die 6 so ein bisschen mischen, dass ich ein bisschen ähnlicher an der Rosy Foundation bin. Und ich starte mit einem Pinsel und arbeite mir erst die High End Seite von Charlotte Tilbury ein. Ich nehme hierfür auch wirklich einen Pinsel. Die Farbe wird jetzt nicht ganz passen. Ich habe nämlich gestern in Selbstbräuner gebadet. Und demnach ist das Ganze ein bisschen, ein bisschen dunkel geworden. Aber ist nicht so schlimm. Ihr seht das, ne? Also normalerweise, mein Make-up ist ja immer sehr cakey. Wobei, eigentlich nicht. Ich habe gestern gehört, dass mein Make-up nicht so cakey ist. Aber ich trage immer sehr, sehr viel Make-up. Und bei dieser Foundation ist es halt wirklich wichtig, dass man wenig benutzt. Je weniger du von diesem Produkt benutzt, desto schöner sieht es tatsächlich auch auf deiner Haut aus. Weil sie deine eigene Haut halt einfach nur perfektioniert und trotzdem gut abdeckt. Ich nehme jetzt hier mal den Schwamm von Real Techniques. Das ist dieser Airbrush-Schwamm. Und arbeite mir das Ganze wirklich auf der rechten Gesichtsseite ein. Sie hält den ganzen Tag. Ich finde sie tatsächlich am schönsten, wenn man sie gar nicht setet. Das funktioniert leider nicht immer. Aber ich glaube, ihr seht es sofort, ne? Sie deckt ab. Sie gibt der Haut wirklich so einen schönen, frischen Touch an Glow. Und deswegen sage ich euch, Freunde, abonniert wirklich diesen Kanal. Denn es kann auch manchmal sein, dass ich ein halbes Jahr nach meiner ersten Review zu der Foundation nochmal meine Meinung ändere oder euch einfach noch ein neues Update zu dem Produkt geben kann. Schönes Produkt. Ich habe schon fast so viel benutzt. Aber um einfach die Farbe so ein bisschen anzupassen, müssen wir das Ganze jetzt mal machen. Auf der anderen Seite benutzen wir die Rosy Touch Foundation. Die ist tatsächlich sogar made in Germany und soll ein langanhaltendes Make-up sein. Ich habe auch dazu, glaube ich, mein komplettes Video gemacht. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich sie gefunden habe. Aber hier ist auch Kollagen mit drin. Und das ist auch hier mit drin. Also wir haben hier Skincare drin. Wir haben hier Skincare drin. Kollagen, Long-lasting, pflegend, feuchtigkeitsbewahrt. Klingt erstmal ähnlich. Ich nehme auch für die DM-Seite einen Pinsel, der ähnlich ist wie der T1 von Letizia und mir. Das ist jetzt der T4 von Letizia. Der ist halt einfach ein bisschen größer. Und arbeite auch hier erstmal in einer ganz, ganz zarten Schicht. Die Foundation riecht tatsächlich ein bisschen zarter als die jetzt hier von Charlotte Tilbury. Und auch der Unterton ist ein bisschen neutraler. Die Deckkraft, würde ich fast sagen, ist etwas geringer. Aber dennoch gibt sie der Haut einfach so einen frischen Touch. Und wenn wir das Ganze gleich aufbauen, dann könnte das Ganze wirklich ein gutes Tube sein. Wir müssen eh einmal ganz kurz über Dupes reden, weil ich das oft in den Kommentaren sehe. Ja, aber Dupes ist nicht gleich Dupes. Und was heißt eigentlich Dupes? Ich glaube, das ist so ein bisschen Auslegungssache, wie man ein Dupes gerne sieht. Ich probiere wirklich Dupes so ein bisschen einfacher zu kategorisieren, weil ich weiß einfach, es ist manchmal nicht möglich oder es ist auch einfach nicht nötig, ein teures Produkt zu kaufen. Und wenn man aber trotzdem ein ähnliches Finish haben möchte, das ist mir persönlich, oder das steht bei mir immer wirklich im Fokus, ist das Finish ähnlich wie das von dem High-End-Produkt, dann würde ich das Ganze auch als Dupe betiteln. Ihr könnt mir aber selbstverständlich gerne einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr ein Dupe kategorisieren würdet. Und dann kann ich das Ganze natürlich auch so ein bisschen bei mir probieren, in Zukunft zu implementieren. Vom Finish her ist die Rosy Touch Foundation wirklich ähnlich. Beide Produkte geben der Haut so einen leichten Touch an Glow, fühlt sich sehr, sehr leicht an. Tatsächlich finde ich jetzt im direkten Side-by-Side-Vergleich die Trended Up Foundation sogar noch ein bisschen leichter auf der Haut. Deswegen baue ich mir hier nochmal so ein bisschen was auf, dass wir auch Deckkraft ungefähr ähnlich haben. Vielleicht erinnert ihr euch, ich habe natürlich jetzt nicht vorher mein eigenes Video nochmal geschaut, aber vielleicht erinnert ihr euch, wie ich die Rosy Touch Foundation damals fand. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sie schlecht fand. Alright, beide Seiten sehen wirklich, wirklich schön aus. Channel Tilbury vs. Trended Up, beides ein schönes Finish. Ich gehe jetzt hier nochmal kurz so ein bisschen rüber, um das Ganze alles ebenmäßig zu verblenden und mache ein bisschen weiter mit Concealer. Ich habe jetzt nicht probiert, Concealer oder so zu tauschen. Wir wissen eigentlich mittlerweile alle, dass es wirklich sehr, sehr gute Concealer in der Drogerie gibt. Ich nehme meistens jetzt den hier von Essence, den Camouflage-Mark Concealer. Der funktioniert eigentlich tatsächlich am besten bei mir gerade. Der ist ein bisschen dry. Mein Ziel ist es natürlich mit meinen Videos, euch auch wirklich zu zeigen, dass es auch in der Drogerie einfach gute Alternativen gibt. Und ich freue mich halt immer, wenn ich weiß, okay, ihr könnt ein bisschen Geld sparen und habt halt trotzdem einen High-End-Finish. Irgendjemand, warte mal, wie hieß das? High-End-Face mit Günstmaus-Portemonnaie oder so. Also ganz ehrlich, das Geld wächst nicht an Bäumen. Und wenn man ein schönes Make-up haben möchte, muss man ja nicht unbedingt Kompromisse machen. Und dafür bin ich hier. Beide Seiten sehen fantastisch aus. Ich fixiere das Ganze wirklich nur mal ganz, 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 ganz leicht unter den Augen, weil ich diesen Glow einfach ultra, ultra schön finde. Es wird heute auch sehr glowy. Ich nehme Letizia Brush aus der Noir Series und gehe einfach nur ganz leicht über meine T-Zone und unter den Augen lang, um alles so ein bisschen zu mattieren. Und jetzt wird es tatsächlich wirklich, wirklich spannend. Ich habe nämlich ein paar Neuheiten gesehen von Trended Up, unter anderem diesen Silky Baked Highlighter. Ich meine, dass es den auch als Bronzer gab. Ich habe mich vergriffen und habe den Highlighter einfach eine Farbe dunkler genommen. Ich habe aber ein Produkt, das gibt es auch von Catrice. Und selbst das Packaging ist eins zu eins dasselbe von Trended Up und von Catrice. Deswegen habe ich jetzt hier einen von Catrice, der der Sunglow ist. Das ist dasselbe Produkt. Ich hätte das Ganze auch mit Catrice machen können. Catrice versus Hourglass und Charlotte Tilbury. Ich wollte aber wirklich auch mal ein bisschen Trended Up hier in den Vordergrund setzen. Das habe ich eine ganze Weile hier so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen starten wir einmal mit dem Catrice Bronzer. Und das ist ein gebackener Bronzer. Und im Vergleich dazu habe ich von Hourglass, ich habe jetzt hier so eine Palette, die Ambient Lighting Edit Palette. Die gibt es alle einzeln. Und da kostet ungefähr ein so ein Ding in der Originalgröße 60 Euro. Tell me, was ist da drin, dass dieses Produkt 60 Euro kosten darf? Es macht weder meine Steuererklärung, es geht weder für mich einkaufen, noch spült es mein schmutziges Geschirr ab. Nein. Hier ist aber ein Bronzer drin. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist ein wirklich, wirklich schönes Produkt. Hourglass macht tolle Produkte. Ich habe es aber noch nie selber direkt eins zu eins verglichen mit einem günstigeren Produkt. Und ich gehe jetzt hier einfach nur in diesen Bronzer rein. Der ist sehr pigmentiert. Und den setze ich mir jetzt einfach hier auf die Charlotte Tilbury Seite. Das ist kein matter Bronzer, lasst es euch gesagt sein. Also es wird heute ein super, super glowy Look. Und ich kriege sofort diese Bewegung hier ins Gesicht. Man kann den wirklich gut aufbauen. Und ihr habt einen schönen Sonnengeküsten-Touch. Ich gehe jetzt hier auch gleich so ein bisschen lang. Ich finde, das sieht immer ganz besonders schön aus. Gerade jetzt im Sommer, wenn man die Augenbraue so ein bisschen dunkler macht. Also die Haut drumherum. Ich habe ja eher so einen Neandertaler-Stirn mit einem sehr stark hervorgehobenen Augenbrauen-Knochenstruktur, die ja wirklich weit nach vorne geht. Und ich finde, im Sommer wird das bei mir auf dem natürlichen Wege natürlich immer ein bisschen brauner. Deswegen gehe ich hier einfach gerne so ein bisschen rüber und umrande meine Augen mit dem Bronzer und habe dann ein sehr natürliches Finish. Hier ist nichts. Hier ist Hourglass. Und das Ganze sieht super, super frisch aus. Wie sieht das Ganze mit dem Trennertal-Beziehungsweise jetzt Catrice-Produkt aus? Ich nehme mir einen Pinsel, der von der Struktur her ähnlich ist und gehe einmal in das Produkt. Auch der hat Glow mit drin. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das alles in derselben Produktion gemacht wird. Das ist Standard. Also das ist, ne, das ist halt ein bisschen T-Din, die ich hier spille. Das ist Standard, dass Firmen, verschiedene Firmen in derselben Produktion produzieren. Italien ist sehr bekannt für gebackene Texturen an Puderprodukten. Deswegen sehen die Produkte beispielsweise hier der Catrice Cheek Lover und der Trennertal. Das ist eins zu eins dieselbe Verpackung. Das ist eins zu eins dieselbe Produktionsfirma, würde ich jetzt mal behaupten. Was aber prinzipiell nicht schlimm ist. Das heißt nicht, dass die Formulierung gleich ist. Also das ist nochmal was anderes. Also man sieht es tatsächlich, die Formulierung ist auch anders bei den Produkten. Aber die Produktion kann gleich sein. Und demnach ist die Produktionsqualität auch bei den Produkten gleich beziehungsweise ähnlich. Ihr seht es, das Produkt ist auch wirklich schön pigmentiert. Und bei gebackenen Produkten ist halt immer der Vorteil, dass du ein sehr weiches Finish hast. Und auch wenn deine Basement Stirn zum Beispiel, weil er jetzt gar nicht gesettet war, einfach super flawless aussieht. Also Bronzer Drogerie, Bronzer High End, literally kein Unterschied. Und jetzt wird es tatsächlich spannend, denn auch hier habe ich die Vermutung, dass das das ähnliche oder dasselbe Produkt beziehungsweise auf jeden Fall dieselbe Herstellungsweise ist. Und das macht schon ganz, ganz viel Unterschied aus. Ich habe hier einen Blush von Trended Up. Das ist der Super Glow Blush. Der hat so ein paar verschiedene marmorierte Texturen. Das ist so ein Zeichen für diese gebackene Textur. Sowas ist auch in dieser Palette drin. Und zwar der Ton. Es sieht schon mal ähnlich aus. Hier war ich natürlich schon ein paar Mal drin. Deswegen ist das jetzt nicht mehr ganz so. Hey, im Prinzip sehen die aber beide sehr ähnlich aus. Deshalb gehe ich jetzt als erstes... Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das war die günstige Seite. Mit einem fluffigen Pinsel hier in den gebackenen Bronzer von... In den gebackenen Highlighter von DM. Und setze mir den einfach hier oben rauf. Und auch der gibt der Haut wirklich nochmal Glow. Man muss immer so ein bisschen gucken, dass man nicht... Nicht übertreibt, dass man zu viel benutzt. Weil du ja ganz schnell einfach sehr speckig aussiehst. Aber Farbe ist drauf. Ich wechsle den Pinsel, damit ihr das seht, was ich hier mache. Nehme den hier von Letizia und mir. Das war ein Sample. Und gehe hier in die Farbe rein. Und setze mir den hier hin. Denn auch hier die Farbe ist ähnlich. Die Textur auf der Haut, beziehungsweise das Finish ist auch sehr ähnlich. Bei DM war es jetzt nur ein bisschen mehr Glow. Hier ist es ein bisschen matter und ein bisschen subtiler. Aber vom Finish auf der Haut, Freunde, seht ihr das? Wisst ihr, was ich mit diesen Videos bezwecken will? Euch zu zeigen, dass das ist ein Erlebnis. Du kaufst dir das und du hast ein Erlebnis. Und das fühlt sich hochwertig an. Und du freust dich, dass du 60, 70 Euro dafür ausgegeben hast. Und dieses Produkt erlebst. In der Drogerie kriegst du das Finish ohne dieses Erlebnis. Aber das Finish auf der Haut, same. Genauso wie die Cirky Baked Highlighter. Auch das hier, die unteren Töne, es sind dieselben Farben. Ich habe hier die Farbe 020. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Ich gehe erst in die Drogerie-Seite. Und setze mir das hier auf meinen Augenbrauenbogen. Und noch so ein Stückchen hier rüber. Und gebe einfach noch mehr Bewegung in mein Gesicht. Ich drehe den Pinsel. Gehe in die Hourglass-Palette rein. Und setze mir das Produkt hier hin. Jetzt wird es glowy. Jetzt wird es speckig. Aber ein Schock. Gehe damit auch gerne wirklich über die Augenbraue lang. Und jetzt sehe ich aus, als wäre ich aus dem Olivenöl mehr emporgestiegen. Die Haut ist saftig. Die Haut ist frisch. Es ist alles feucht in meinem Gesicht. Und es ist nicht feucht, weil es ist einfach gepudert mit gebackenen Produkten. Wow. Was sagen wir dazu? Gehe jetzt nochmal kurz ein bisschen durch meine Augenbrauen. Fülle die ein bisschen auf. Und dann könnt ihr wirklich nochmal das Side-by-Side-Ergebnis sehen. Ich habe das Ganze noch einmal schnell gesettet, damit sich die Puderpigmente besser mit meiner Haut verbinden. Gebe mir noch ein bisschen was auf die Lippen. Da habe ich jetzt hier, was habe ich denn? Ein bisschen Lip-Liner. Ein bisschen Bronzer in die Lidfalter. And that's it. Freunde, wir haben einen Unterschied von fast 300 Euro im Gesicht. Jetzt seid ihr auch nochmal wirklich nah dran, dass ihr den Unterschied sehen könnt. Hier ist die Drogerie-Seite. Hier ist die High-End-Seite. Ich sehe keine Ahnung. Ich gebe mir Mühe, einen Unterschied zu sehen, aber ich sehe nicht. Vielleicht bei dem Blush ist die Schimmerpartikelgröße des günstigeren Produkts ein bisschen größer. Ich meine aber, im Gesamtergebnis siehst du das nicht mehr. Also nur wenn du wirklich willst, dann findest du einen Unterschied. Aber selbst dann ist es tatsächlich super, super schwer. Wie gesagt, das soll keine Kritik an High-End-Produkten sein. Ich liebe High-End-Produkte. Ab und zu, wisst ihr, das ist mir wichtig, dass ich das einfach nochmal ganz klar sage. Ich verteufel niemals High-End-Produkte. Ich liebe es. Manchmal willst du dich einfach bougie fühlen. Manchmal willst du dieses Erlebnis haben. Aber gerade jetzt gibt es so viel Wichtigeres als Make-up. Und trotzdem dürfen wir Spaß am Make-up haben. Und wenn du überlegst, okay, gibst du jetzt 60 Euro für einen Bronzer aus oder du gibst 4 Euro für einen Bronzer aus, der das Gesamtergebnis dasselbe macht. Und du hast 55 Euro, 57 Euro mehr für etwas anderes. Kannst du dann auf das Erlebnis des Packagings und des Produkts verzichten? Oder bist du trotzdem eher, dass du sagst, okay, ich spare einfach lieber das Geld oder gebe es für lieber was anderes aus? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung dieses Videos. Schaut unbedingt unten in der Infobox vorbei. Dort habe ich alles für euch verlinkt. Wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss.